Frau Landesrätin, auch an Sie die Frage, ein sehr schwerer Abend für Vorarlberg, für die Vorarlberger Pflege auch in diesem Fall. Es gibt elf Tote beim Brand im Seniorenhaus in Eck, hoffentlich werden es nicht mehr. Es gibt nur Schwerverletzte, drei Personen sind schwer verletzt. Welche Gedanken gehen einem an so einem Abend durch den Kopf? Was kann man dazu sagen? Ich bin eigentlich sprachlos erschüttert. Das ist wirklich ein ganz, ganz schwerer Schlag für alle. Und mein ganz, ganz großes Mitgefühl gilt den Angehörigen. Es ist für die, die meine Gedanken sind in diesen Stunden, wirklich bei Ihnen. Es ist nämlich ganz, ganz schwierig für die Angehörigen mit dieser Situation umgehen zu müssen. Ganz ein bedauerlicher Vorfall wirklich war. Also ich bin sprachlos.